Was kann ich für euch tun? Bevor ihr geht, solltet ihr in der Gaststätte hinter mir vorbeischauen. Meine Schwester Fanny lädt sich dort auf. Überall aus dem verbrannten Wildhammer-Siedlung um uns herum strömen Flüchtlinge nach Dona Mar. Ich habe Fanny beauftragt, sich um sie zu kümmern. Sie ist hart im Nehmen, aber dennoch könnte sie eure Hilfe sicher gut gebrauchen. Man sieht sich! Mein Bruder schickt euch? Gut. Ein Jäger wie ihr wird mir hier von großem Nutzen sein. Könnt ihr euch im Kampf behaupten? Gut.